Noch einmal, Cux jetzt von draußen, ja der sitzt. Sein erster persönlicher Dreier und für den Kapitän. Wieder Cux kreiert sich diesen Wurf selbst und verwandelt ihn, sein zweiter Dreier. Ja, Bulls, David Fötzsch, auch eine der großen Hoffnungen, dann in weiterer Folge für Hofstra University gespielt. Das ist doch ein recht bekanntes College in über Haukensen wie der Cux. Wahnsinn, der hat schon bei den Kapfenberger nur zwei Amerikaner unter Vertrag. Ja, der Cux kann alleine sehr viel... Wieder Cux und wieder Skoda. Hakenwurf, die vierte, diesmal als Airball. Fastbreak, Graz. Und der Bonuswurf, ein Junior. Schauen Sie, die Amerikaner da... Immer... Einer, der Kapfenberg hilft. Ah... Und wieder Cux. Und wieder Cux. Puls auf einmal vorne. Und da haben wir Miro Zapf mit dem Dreier. Cux. Und wieder der Ausgleich. Aber immerhin wir haben... Cux wird gedoppelt. Ja, der Ball fällt zur neuerlichen... Jetzt hat er freie Furfbahn. Ja. Und dann auch ein guter Verteidiger. Ja. Und jetzt Auszeit genommen von den Bulls. Den Cux, den haben sie wieder mit ins Spiel gebracht. Mit diesem Floater dann zur Grazer Führung. Der wechselt die Führung. Und dann geht es um die Führung. Die Führung. Die Führung. Die Führung. Die Führung. Die Führung. Noch zwei Minuten. Tobias Schritt Weser. Der ist da ausgerutscht. Beim Wurfversuch. Da ist er weg. Und da hilft dann nur mehr. Sie sehen den Kontakt an der Hüfte. Korrekter Pfiff. Und der ist weg. Da von den Schiedsrichtern jetzt mit der Möglichkeit, von der Freiwurflinie die Führung zu erhöhen. Ja, trifft beide. Da halten. Auch wenn es da einige Leerläufe und nicht...